In diesem Training klären wir unter anderem die Frage, warum wohl jedes Luftleitblech bei einer solchen Monomotronik von Bedeutung ist. Die Monomotronik ist in kleinen Fahrzeugen bei kleinen Motorisierungen eben noch anzutreffen. Auch bei älteren Fahrzeugen in der Regel, der Nachteil dieser Einspritzanlage, dieser Steuerungsart ist der, dass wir ein zentrales Einspritzaggregat vor der Drosselklappe haben. Die Wege zum Zylinder sind zum einen ungleich, zum anderen relativ lang, sodass wir mit Kondensationsverlusten zu kämpfen haben, insbesondere dann, wenn der Motor kalt ist. Solche Motoren haben daher auch einige Funktionalitäten, die eine solche Kondensation an den Saugrohrwänden verhindern sollen. Unter anderem gibt es da eine elektrische Saugrohrvorheizung. Und wenn ihr einmal genau schaut, dann werdet ihr feststellen, dass häufig Luftleitbleche verbaut sind, die halt eben den Luftstrom nutzen, der im Grunde genommen sich am heißen Krümmer sofort ja nach Start des Motors ein Stück weit erhitzt. Und dann wird diese heiße Luft auf die Ansaugbrücke umgeleitet und erwärmt diese, sodass die Kondensationsverluste dadurch verringert werden. In unserem zweiten Fall haben wir dieses Problem schon deutlich besser im Griff. Das ist eine ganz normale Multipoint-Injection, allerdings ein Saugrohr-Einspritzer auch weiterhin. Wir spritzen also vor die Einlassventile ein. Der Nachteil ist, dass wir hinter der Drosselklappe immer unterschiedliche Drücke haben, und zwar in Abhängigkeit von der Stellung der Drosselklappe. Wir haben vor der Drosselklappe Atmosphärendruck, annähernd Atmosphärendruck, auch leichte Drosselverluste über den Luftfilter, aber annähernd Atmosphärendruck. Hinter der Drosselklappe haben wir aber in Abhängigkeit von der Stellung eben einen Unterdruck, im Leerlauf einen großen Unterdruck, im Vollastbereich annähernd den gleichen Druck wie vor der Drosselklappe. Zumindest müssen wir hier eben dafür sorgen, das kommt in einem anderen Training, dass die eingespritzte Kraftstoffmenge immer noch eine Funktion der Öffnungszeit der Einspritzventile ist, und das ist hier nicht trivial. Da müssen wir uns steuerungstechnisch etwas einfallen lassen, das besprechen wir aber im Zusammenhang mit der Elche-Dronik. Was wir hier heute jetzt sehen, ist, dass wir die Kondensationsverluste weitestgehend minimieren, weil wir eben direkt vor das Einlassventil einspritzen und hier keine Kondensationsverluste an den Saugrohrwänden zu befürchten sind. Man sieht das hier auch schön in der Übersicht zur Monomodronik. So, der letzte Fall, und wir sehen, wenn wir sofort in den Zylinder einspritzen, das ist natürlich mit Blick auf die Kondensationsverluste ideal. Allerdings steigern wir jetzt noch einmal den steuerungstechnischen Aufwand, es sei denn, wir fahren einen homogenen Betrieb. Auch das wird in einem weiteren Training noch erklärt. In diesem Training hier geht es lediglich um die Feststellung, dass es diese Einspritzanlage hier gibt. Das ist also eine MPI, Multipoint Injection, die als MED-Modronik ausgelegt direkt in den Brennraum einspritzt und damit praktisch keine Kondensationsverluste mehr zur Folge hat.